Was ist denn hier los? Oh, guck mal Opa, wir haben Besuch. Dann zieh ich mir wohl besser meine Hose an, was? Ja, das ist lustig. Bist du ein Freund von Bozo? So ein Unsinn. Bozo hat keine Freunde. Ich meine doch diesen begabten Bastler, von dem er erzählt hat. Ja, das bin ich. Rufus der Erste. Wo ist denn der alte Pirat? Pirat? Diese Pfeife? Pfeife. Genial. Bozo liegt oben in seinem Bett. Und heult wie ein kleines Mädchen. Apropos heulen. Kann mich vielleicht jemand hier rausheulen? Wo sind wir hier gerade gelandet? Ist das hier wie so eine Art Sitcom oder wie? Ich meine, ja, dieses Augen gemacht hier, Sofa direkt halt vorne. Und alle stehen halt so, dass man sie auch genau angucken kann und so. Da hinten ist Bozo, da ist Mama Bozo, Baby Bozo, der Briefträger und Opa Bozo. Okay. Und wir haben hier ein Baby-Phone. Uh, ein Baby-Phone. Wozu braucht Baby Bozo ein Funkgerät? Der kann ja nicht mal sprechen. Gegenfrage. Wozu brauchst du ein Gehirn? Habe ich nicht verstanden. Oh, was zum Teufel. Ist seinem Bruder wie aus dem Gesicht geschnitten. Ist er auch mit einer Schafschere. Wegen den Haaren wahrscheinlich. Oh, wow. Aduk-a-duk-gu. Filmreif. Oscar-verdächtig. Okay. Man sagt, dass die Nase im Alter immer weiter wächst. Wie Gohl wohl später mal aussieht. Das wollen wir jetzt gerade überhaupt nicht wissen. Und du bist wirklich Bozos Opa? Das frage ich mich schon seit Jahren. Aber mein Arzt weigert sich, einen Großvaterschaftstest durchzuführen. Okay. Oh Gott. Sind das hier alles so eine Flachwitze oder wie? Ich stecke fest. Ist das nicht ulkig? Okay. Er steckt fest. Bestimmt liegt das an den vielen Steckbriefen in seiner Tasche. War wahrscheinlich zu intellektuell. Glaube ich allerdings auch. So, Mama Bozo. Und du bist dann wohl Bozos Mutter, richtig? Rate nochmal. Die Tante? Die böse Stiefmutter. Eine Einbrecherin. Die Bewährungshelferin? Nein, 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 nein. Die Oma. Die Vorkosterin. Die Schwester. Eine Mischung aus alledem. Warte. Was war das Vorletzte? Die Schwester. Rufus, du Charmeur. Hä? Wieso? Ich bin natürlich die Mutter. Was? Aber... Aber du kannst mich gerne Mama nennen. Wie in Komm zu Mama. Äh... 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 Okay. Hey, okay. Dann ist das hier wirklich wie so eine Art Setcom gerade. Ach du Scheiße. Was stimmt denn nicht mit Bozo? Äh... Ich bin mit meinem Latein am Ende. gesund. Du bist so ein guter Junge. Ich wünschte, ich hätte einen Sohn wie dich. Äh... zu unserem Haus. Okay. Oh Gott. Kannst du mir etwas über Bozo erzählen? Natürlich. Was möchtest du wissen? Vorsicht, Rufus. Du öffnest die Büchse der Pandora. Was für eine Blutze? Ach, nimm ihn nicht so ernst. Er meint den Diaprojektor von Bozos Tante. Besteck nicht! Ich wusste gar nicht, dass Bozo aus Porta Fisco stammt. Hat er dir denn gar nichts erzählt? Keine Ahnung. Es ist so unglaublich ermüdend, ihm zuzuhören. Das kommt daher, dass seine Fettbacken auf den Kiefer drücken. Hat er denn seine Zahnspange gar nicht mehr? Ich werde ihn dran erinnern. Oh. Stündlich, wenn's sein muss. Jetzt hat auch mal das Publikum bei Rufus gelacht. Ich wusste gar nicht, dass Bozo einen kleinen Bruder hat. Der ist ihm ja wie aus dem Gesicht geschnitten. Ist er auch mit einer Schafschere? Tja. Alle männlichen Bosos verfügen über ein außergewöhnlich dichtes Haar. Sobald ich mit dem Stillen anfange, sprießt er es wie verrückt. Vielleicht sollten Sie Ihre Muttermilch als... Moment mal. Was ist noch gleich die geheime Zutat deines Spezial-Shampons? Das ist ein Geheimnis. Warte mal. Bozo hatte doch dieses Shampoo in seiner Tasche. Okay. Alles klar. Jetzt wissen wir, warum der, ähm... Der Guru so schnell Haare... Dem so schnell Haare gewachsen wohl sind. Alles klar. Ich wusste gar nicht, dass Bozo so eine klasse Mutter hat. Aber, Rufus, du Charmeur, du weißt, wie man eine einsame Frau aufmuntert. Wo ist Bozos Vater? An der Front verschollen. Ich bin ganz krank vor Sorge. Zum Glück hatte ich Unterstützung von Freunden, die mich auf andere Gedanken gebracht haben. Welche Freunde meinst du genau? Die Milchmann, die Klempner oder die Postboten? Tja, wie heißt es so schön? Gute Freunde lässt man nicht hängen. Uff. Okay, der war wirklich flach. Wusstest du, dass Bozo eine Freundin hat? Wirklich? Ja, ihr Name ist Bambina. Sie hat einen Waffenladen auf dem schwimmenden Schwarzmarkt. Hörst du, Opa? Bozo hat eine kleine Freundin. Die Knalltüte? Das war nicht erst, wenn ich es sehe. Tja, es ist wirklich kaum vorstellbar. Er war immer so schüchtern. Als ich ihm damals von den Bienen und den Blumen erzählt habe, ist er wochenlang nicht ohne Imkerhut aus dem Haus gegangen. Alles klar. Wie war Bozo als Kind? Da gibt es doch bestimmt irgendwelche peinlichen Geschichten. Eigentlich nicht. Er war ein außerordentlich braves Kind. Er hat nie etwas kaputt gemacht. Seine Fifi-Funkel-Fee-Puppen selbst weggeräumt. Und selbst beim Ritterspielen wollte er immer die Prinzessin sein. Lass uns lieber über was anderes reden. Gerne. Immerhin habe ich ja nicht jeden Tag so einen feschen, jungen Mann zu Besuch. Zumindest nicht seit der Briefträger das Fenster verstopft. Ich dachte, Porta Fisco sei vom Organon besetzt. Das war es bis vor kurzem auch. Aber unter Leitung des neuen Generals hat der Widerstand die Stadt zurückerobert. Moment mal, ich höre immer General. Ach, du kennst den neuen General noch gar nicht? Ich wusste nicht mal, dass wir Ränge haben. Okay. Darf ich zum Essen bleiben? Aber natürlich, Rufus, Freunde von Bozo sind hier immer willkommen. Besonders, wenn sie so knackig sind. Nur damit wir uns richtig verstehen. Ich esse mit und komme nicht als Fleischbeilage in den Salat, richtig? Wann gibt's denn Essen? Da musst du Opa fragen. Er hat versprochen zu kochen, wenn Bozo mal Freunde ins Haus bringt. Du hast mir nicht zugehört. Ich habe gesagt, dass ich kochen werde, sobald Bozo eine Freundin ins Haus bringt. Weil das nie passieren wird. Okay, dann müssen wir also Bambina dazu bringen, hierher zu kommen, damit der Opa kocht. Dann können wir aber essen. Wir reden später weiter. Fühl dich wie zu Hause. Ich suche derweil schon mal Fotos von Bosos Ballettunterricht raus. Oh mein Gott. Okay. Jetzt haben wir hier mit allen soweit schon mal gesprochen. Es fehlt eigentlich nur noch der Pocky. In Fachkreisen ist es ja als das David Cage Syndrom bekannt, dass Spieleentwickler gerne mal mit aller Macht versuchen, Präzedenzfälle zu schaffen. Und zwar habe ich hier versucht, die erste interaktive Sitcom zu machen. Das ist natürlich ein Heidenspaß. Besonders, weil ich mir nicht so viele Mühe bei den Gags geben brauchte. Weil ich gedacht habe, egal wie müde das Wortspiel ist, im Nachhinein bringen wir einfach irgendwie ein bisschen Gelächter aus der Dose. Dann läuft das schon. Aber tatsächlich erinnert einen so eine Situation immer wieder daran, wie jung eigentlich noch das Medium Computerspiel ist. So viele Sachen wurden noch nicht gemacht. Und dann kommt halt jedes Jahr irgendwie ein neues, was weiß ich nicht was, Need for Speed raus und so weiter. Und so viele Sachen wurden noch nicht gemacht. Wo sind denn die ganzen interaktiven Romanzen oder interaktiven Musicals? Müssen wir die wirklich alle selber machen? Möglicherweise ja, es sei denn, David Cage kommt uns zuvor. Der hat ja immerhin schon seine erste interaktive Live-Entbindung. Fünf Minuten nach einem interaktiven Selbstmordversuch und fünf Minuten nach einer interaktiven beinahe Vergewaltigung hinbekommen. Das muss man erstmal toppen. Aber ich arbeite dran. Ich arbeite dran. Und hier die Sitcom. Ähm, okay, gut. Dann würde ich mal sagen, wir gehen mal nach oben zu Bo so. Da bist du ja. Ach du meine, bitte. Genug an der Matratze gehorcht. Aus aus den Federn. Sag mal, was ist denn mit dir los? Hau ab. Aber wir müssen doch ins Rebellenlager. Du musst mir helfen, die Welt zu retten. Bo so. Oh, Backe. Ich glaube, der ist maximal deprimiert. Bo so. Lass mich in Ruhe. Ach du meine Güte. Okay, ein Sparschwein. Lustige Idee. Ein Selbstporträt als Sparbüchse. Ich glaube, der ist ein Sparschwein. Ich glaube, der ist ein Sparschwein. Ich glaube, der ist ein Sparschwein. Ja, ja, schon gut, alter Brummbär. Was ist ein Sparschwein? Ein Sparschwein? Was haben wir denn da? Eine ärztliche Überweisung zur Therapie. Na, sieh mal einer an. Ich wusste ja immer, dass er plemplem ist. Jetzt haben wir es schriftlich. Eine ärztliche Überweisung. Ah, okay. Und, ja. Bo so. Ach so, ja, das sind... Ach du. Das sind nicht die Schüttelpocken. So viel steht fest. Aber was hat er dann? Ja, das müssten wir vielleicht mal herausfinden, indem wir mit dem Psychologen sprechen. Scheiße. Bo so beim Psychologen. Okay, dann würde ich mal sagen, gehen wir hier einmal weiter. Mal schauen, was wir hier jetzt so... Was ist denn das? Ein Tor? Da versucht wohl jemand zu verhindern, dass ich die Rebellen kontaktiere. Aber da müssen die schon früher aufstehen. Verdammt. Das gibt's doch gar nicht. Also kommen wir hier jetzt gerade überhaupt nicht weiter? Sie sieht selber aus wie eine große XXL-Teigtasche mit Hackcreme-Füllung. Köstlich. Oh, alter Rufus. Eine Teigtaschenfrau. Okay. Ach du Scheiße. Okay, wir kommen hier also anscheinend auch erst mal gar nicht so wirklich weiter. Da hinten sieht's aus, als wenn da ein paar Leute rumstehen. Wo geht's denn hier weiter? Ein Seil? Was hat die Frau gerade den Schmetterling gegessen? Was ist hier los? Ja gut, wir kommen hier anscheinend auch irgendwie gar nicht so wirklich weiter. Dann wechseln wir mal auf den Rechenrufus. Schuppen mal rück. Hä? Was ist denn hier los? Sieh mal einer an. Ich bin direkt am Fuße der oberen Aufstiegsstation gelandet. Dem Sitz der Organon-Hauptverwaltung. Und dem Ankerplatz des letzten Hochboots nach Elysium. Also ab jetzt sollte ich vorsichtig sein. Also noch vorsichtiger als sonst. Hier wimmelt es ja geradezu von Organomen. Sie ziehen sich offenbar aus der Stadt zurück. Was haben die nur vor? Vielleicht kann ich sie belauschen. Bloß beeilt euch! Da sind immer noch Kisten, die mit nach Elysium sollen. Nein, nicht die dort. Die soll zur dritten Zwischenebene. Ah. Also. Einen Weg in die obere Aufstiegsstation finden. Einen Weg für den Argus, die Aufstiegs-Code zu... Abzuluchsen. Aufstiegs-Code stehlen und dann hoch. Okay. Das ist also quasi die Mission des Rechenrufus. Ähm. Gut. Äh. Ein Gubi. Uhu. Horridoro! Oh. Keiner da. Hm. Okay. Hier. Das ist der... Das ist der Organon an dem Arsch. Oh Gott. Der komplette Organon zieht sich in die Hauptverwaltung zurück. Es wird schwierig werden, sich unbemerkt dort hineinzuschleichen. Ja, das glaube ich wohl auch. Ähm. Organon Aufsicht. Äh. Die Aufstiegsstation. Ein Rohr. Okay. Das ist die obere Aufstiegsstation. Irgendwo da oben wartet das letzte Hochboot nach Elysium. Zu blöd, dass der Organon ausgerechnet hier seine Hauptverwaltung hat. Wie stehen wohl die Chancen, mich durch den kompletten Turm bis zum Aufstiegszoll durchzuprügeln? Ja, schluss-minus-fifty-fifty. Fifty-fifty. Oh, wir sind aber auch... Ähm. Wir sind aber sehr optimistisch. Wuss. Solange er die Verladung überwacht, könnte es schwierig werden, mich in einer der Kisten zu verstecken. Ich müsste ihn irgendwie ablenken. Mhm. Äh. Ja, gut. Äh. Dann würde ich sagen, gehen wir erstmal hier zu diesem Rohr. Mal gucken, wo das hinführt. Ah, jetzt sind wir also hier. Interessant. Oh, jetzt haben wir hier... Ach, du heile gescheiten Kleister. Jetzt haben wir hier ja Unmengen an Kisten und Fässern und einem Knopf. Jetzt haben wir hier ja Unmengen an Kisten und Fässern und einem Knopf. Noch eine Kiste. Okay. Ähm. Ach, du heimatland. Was soll denn das jetzt werden? Und wie kann ich das Luego tweaks auf? Was soll ich jedenfalls? Ich liebten, auf zeigendes. Machatisch. Ich liebten, ich categories. Du heambled jetzt mal. 2-Dem konten habe ich. Unsere dynamisch. Du heiter hast, du heiter, Gefühl, in dir lebn C Stock. Für michen alles. Wir rüber. Ichindo. 師 breaksen.